Hallihallöchen Popöchen und willkommen zurück bei Minecraft Vanilla in Halloween Town Oder was da eben halt entstehen soll So, ich hatte mir eigentlich irgendwas hier vorbereitet, ich hab's aber vergessen was es sein sollte Ich hab's wieder voll vergessen Ich hab gesagt, das machen wir so, weil wir das so machen Und, ähm, da So, das haben wir soweit fertig Da sind wir noch dran Das heißt, schauen wir mal in den Keller weiter Zack Sehr schön, achso Was hab ich denn da für den Boden jetzt genommen? Da hab ich noch gar keinen genommen Und was haben wir denn unten für den Boden genommen? Da haben wir den selben genommen Gut, nehmen wir den selben Boden, auch nicht schlimm Jaja, so ist das Heute ein wenig, äh, müder als sonst Eisenspitzhacke? Steinspitzhacke So, ein bisschen müder als sonst Ist das das, was wir brauchen? Hochstein, Hochstein Andrasid Polierter Andrasid Das ist, glaub ich, Andrasid Mist Müssen wir einmal hier das Wegnehmen Andrasid Andrasid 29 Ist jetzt Andrasid 30 Ja, ist es auch dann Ist ja schön Weil wir brauchen ja ein bisschen Andrasid jetzt hier Ich weiß ja gar nicht, wie viel wir haben an Andrasid Das sieht ja nachher keiner Das sieht ja nachher keiner So, ein wenig müde, wie immer Naja, müde, ich kann immer nö So Und ein wenig verärgert Aber das schafft Kinder halt, ne? Kinder können einen verärgern Kinder können Mist bauen Und das hat, äh, unsere mittlere Tochter heute geschafft Ein wenig verärgert Beziehungsweise schon recht mächtig verärgert Und, ähm Ja Sagen wir mal, wir, wir, sie hatte heute, glaub ich, die erste Begegnung mit der Polizei Das war nicht im schönen Sinne Naja, kann passieren, ne? Du, 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 du Du, du, du Ich glaub, auf jeden Fall schläft da jemand sehr schnell, weil das sehr anstrengend war, glaub ich, heute Und ich bin's nicht alleine Ich werd natürlich auch verdammengut schlafen, glaub ich, heute Was aber daran auch lieb, dass ich tot müde bin Und arbeiten war Aber jemand anderes Zumal Tochter Wahrscheinlich, ähm Ja Aus, äh Gebenen Anlässen Gebenen Anlässen Sagen wir's mal so, äh, Töchterchen meinte, äh, Schminke Die man nicht sofort kriegt Die kann man sich auch anders holen Ist vielleicht nicht die schöne englische Art gerade, ne? Aber Aber Dann muss man Dann muss man auch zu dem Mist stehen Du, du, du Da muss man zu dem Mist stehen Und, äh, ja Damit leben Dass man dann, ne? Ein, A Hausverbot kriegt Und B Mächtig, mächtig R, A Mit dem Vater Kommt man auch schon mal mächtig, mächtig Ärger mit dem Papa Mist Echt jetzt? Ach, wir haben noch Steinspitzehacke Sehr gut Ja, dann kann man auch schon mal mächtig, mächtig Ärger kriegen Und, äh, ja Nein Warum? Warte mal, wir könnten eigentlich uns so ne, 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 ne Säge Äh, Stein brauchen wir dafür Das heißt, ich müsste drei Steine mal eben brennen Eins, zwei, drei Dü, 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 dü Dü, 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 dü Dü, 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 dü Dü, dü, dü Eins Zwei Ja, ja Und da muss der Papa abholen, komm Mhm Aber wie gesagt Es war Gott sei Dank immer so Ich sag mal Was heißt Gott sei Dank eigentlich, ne Man klaut überhaupt nicht Aber es war So gesehen Nur Ein Lebensstift Was immer noch nicht in Ordnung ist, aber Damit muss sie jetzt leben Mit den Konsequenzen Wie eben, äh, ja Ja Unter anderem nur noch eine Stunde am Tag Internet Ne, achso, da geht's raus Äh, nur noch eine Stunde, äh, Internet am Tag Und, ähm Kein Kein Hat sich ausgeflixt Genettet So Ohh Äh, 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 äh Äh, äh, äh Äh, äh, ähhh Fast Wie gesagt ausgenettet haben sich jetzt da durch und ich sag mal eine schöne feier eine schöne feier hier halloween mäßig halloween feiern übernachten bei freundin man muss ja auch mal ein bisschen konsequent sein so wir haben schon bruchstein das ist wunderschön das ist die folge hier für freitag und sonntag ist ja schon halloween das allerheiligen allerheiligen kommt dann die letzte folge zu halloween town glaube ich weiß nicht muss jetzt gerade mal so ein bisschen nachrechnen schon einige folgen aufgenämmt das war selten dämlich von mir herzlichen glückwunsch so damit haben wir boden und decke fertig so da müsste jetzt noch was gemacht werden und wir müssen noch ein bisschen kaputt machen das muss ja noch ein bisschen kaputter sein du bist so kaputt ach so ja noch gar kein licht ich habe kein holz mehr gehabt da habe ich gar kein holz mehr gehabt das war keine absicht alter sprich habe mich selber erschreckt das war night fight sollte man auf jeden fall mal gespielt haben ich werde jetzt gleich nochmal öfters die fräse und naja jetzt springen wir unter egal soo soo einmal zweimal oh ich habe kein holz mehr achso ich habe kein holz mehr nö soo wie bestraft ihr eure Kinder denn so das würde ich gerne mal wissen ich bin übrigens immer einer der sehr streng dann agiert aber wie sagt ihr denn so wenn ihr Kinder habt oder vielleicht sagen Kinder ja damals meine Eltern die sind total streng total so haben wir nichts mehr zu essen das wäre aber echt schlecht total meine Eltern sind die strengsten die es gibt kann das sein meine Eltern sind so streng strenger geht es gar nicht das kann ja auch sein können wir mal in die Kommentare schreiben sind Eltern so streng sind eure Eltern so streng äh, seid seid ihr strenge Eltern, seid ihr weiche Eltern könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren wie das bei euch so gehandhabt wird ja würde mich wirklich brennend interessieren brennend aber so 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 lalalalalala lalalalalala äh, hallo wie soll ich denn da rankommen wie soll ich denn da dran kommen lalalalalala lalalalalalalala So, lass mich mal durch. Ich bin Arzt. So. 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 Ich würde nicht zu nah dran gehen, sonst häng ich da gleich drinnen fest. Weniger schön. Müt ist etwa dunkel. Wahrscheinlich. Wir sollten schlafen gehen, bevor ich da, oder? Ach. Geschissen. Wir lassen einfach hier Spawneier durch. Oh shit. Oh shit. Ich lieg. Bitte komm nicht rein. Bitte komm nicht rein. So. 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 Und eigentlich haben wir damit dann Sand. Also das könnte man ja wieder aufforsten. Eine Werkbank. Rubbelston. Achso. Achso. Mist. Ja. Das war sehr schlau von mir gerade. Zack. Da könnte man eigentlich hier nochmal so eine bisschen spinnweben. Oder? So ein bisschen spinnweben können ja schon sein. Zack. So. Äh. Ich. Genau. Ich wollte mir jetzt Brote machen. Ich wollte ein Brot. Dicker Brot. Gibt kein Brot. Bäcker ist tot. Ähm. So. Und dann wollte ich mir eigentlich noch eine Kiste gemacht haben. Kiste. Habe ich genug Holz? Wahrscheinlich nicht. Doch. Habe ich. Eine. Für eine Kiste reicht es. Für mehr. Ne? Für mehr hat es nicht gereicht. Das tut mir leid. So. Äh. Kartöffelchen können wir hier reintun. So. Passt. Die Spinnweben können wir auch hier reintun. Ein bisschen Erde können wir hier reintun. Nicht für einen Kohleblock. Das ist auch schön. Äh. Ein Eimer. Ne. Fichtenstufe. Fichten. Bedöns. Weizen. Geht auch hier rein. Türe. Sipplinge. Grobe Erde. Ja. Muss das Stein nehmen wir mit auf jeden Fall. Grobe Erde. Guck mal hier lassen. Ein bisschen hier das da. Fichtenstür. Warum auch nicht. Sitzlinge können wir ja mal eben aussetzen. Ist glaube ich da oben drin gespawnt. Kann das sein? Aua. Ha. Das ist doch weh. also ein bisschen zu machen hier so machen wir mal alles so ein bisschen dunkler damit wir nächstes jahr wieder genug holz zum abschlachten haben und damit kann man diese man so eine map auch mal zum download anbieten